Lichterzeit Nun beginnt die Zeit der Lichter. Das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit. Ich wünsche dir, ihr zu begegnen, in Liebe und mit Herzlichkeit. Schon bald ist das Jahr zu Ende, welches nicht sehr einfach war. Das Neue soll dir Frieden geben und Gesundheit ist doch klar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020